genau ich konnte aber doch irgendwo noch eins anbauen hohe dichte hohe dichte alles geschlossen aber keinen aktiven modul aber warum bricht bei dir jetzt audacity ab das ist ja totaler schwachsinn das liegt an sims city ja weißt du nicht warum es an sims city liegen soll aber bei mir war das ja mal früher der legend of zelda ocarina of time zeit wer sich noch erinnert ich glaube das weiß gar niemand mehr oder die leute die es geguckt haben sind gar nicht mehr da ich weiß nicht da war es ja so dass ich nach einer stunde audacity speichern musste weil sich das sonst aufgehangen hat und dann ist es abgestürzt und war alles im arsch aber das hat sich mit der 2 mit der 2.0 oder 2.0 irgendwas version von audacity hat sich das ja behoben und seitdem kann ich mich eigentlich nicht beschweren dass audacity ein schlechtes programm ist zum audio aufnehmen im gegenteil das ist das beste programm wo es gibt ja es ist kostenlos vielleicht glaube ich die neueste version mal runterladen ich glaube dann würde es eigentlich wieder die neue ich habe die neueste nicht ich jedoch gesagt du sollst die neueste runde habe ich jetzt nicht gemacht aber naja was du hast den rat eines alten weißen mannes missbraucht ja mach ich mache ich immer und die bildungsstufe geht wieder auf 3 hoch hier ich freue mich ein jetzt die die betriebe nämlich nicht mehr kaputt wir brauchen mehr abnehmer für unsere lieferungen ich so ist doch gar keine nachfrage nach gewerbe immer noch mangel an arbeit dann leck mich doch jetzt mal am arsch also ich bin jetzt eigentlich soweit weil ich weiß jetzt nicht was ich jetzt noch hier brennt es immer noch was ist das denn das textur fehler oder so das brennt schon ewig hier auf ewig nein ihr typen mit der komischen sprechblase ich baue jetzt kein gymnasium es ist bei die kommen ja dauernd zu aufgaben oder manchmal ja bei mir ist bis jetzt noch nicht eine gekommen stehe nicht vielleicht mache ich alles so schnell hochhäuser ja die grundschule kann ich kein ding hinzufügen es geht nicht wie kaufe ich denn von dir strom ich meine ich habe produziere selber strom boah und das nächste hochhaus ich produziere zwar selber strom aber irgendwie dann kommen wir fünf megawatt ich mache das jetzt mal stopp die nummer schlecht ausgebildet was was ist jetzt denn wieder kaputt spezialisierung auf bildung bürgermeister der alten schule steigern sie den intelligenzgrad der bevölkerung durch die besten bildungseinrichtungen erfüllen sie die gesteigerten die gesteigerten ansprüche gut aus was willst du mich jetzt verarschen veranlassen sie forschungen an der universität um die stadt weiterzubringen holen sie das maximum aus der hightech industrie heraus machen sie ihre stadt zur bildungshochburg ja nee will ich ja nicht also will ich schon aber ich brauche da kein assistent dafür was denn für was bei bildung habe ich da jetzt dieses assistenz ding und jetzt sagt er das will er auch das habe ich ja gemacht ich mache ja meine bildung statt du machst ja ich keine bildung statt du machst ja eigentlich nur ich brauche bildung fürs atomkraft ja da musst du aber kein assistenten anmachen aber jetzt sagt er wieder schlecht ausgebildet alle schulen bis auf die dingen warum sagt er ist meine stimmen schlecht ausgebildet ja bei mir ist ich habe auch alle meine ich weiß ich habe jetzt seit zweieinhalb die bildungsstufe geht wieder hoch und der typ sagt jetzt dass sie schlecht aus ich habe alle also alle schule schüler sind ausgebildet alle alle 1703 die jetzt da ankommen sind fertig und ja er sagt trotzdem ein schlecht ausgebildet ja danke total sinnlos einfach was sagte dann wenn ich hier wenn ich jetzt zum beispiel eine uni bau also alle schulen die es in dem ganzen spiel gibt und der sagt dann immer noch dann den installiere ich das spiel sofort will mein geld wieder zurück hallo so eine verarsche naja ich meine ich krieg das geld eh nicht zurück das kriegst du zurück aber trotzdem wie ist so ich so ja wenn ich mein geld zurück fordert dann kriegst du es ja du weil du es ja bezahlt hast ja dann krieg ich von dir das geld doppelt nein sicher nicht du gibst mir das geld und dann krieg ich das geld noch mal die räuber ja nö arsch die räuber ich verstehe das nicht viel falsch müll halt er hat keine probleme hustt hustt dieser hustt will nicht weg gehen nach wie ein bisschen husten einem hustensaft den kriegst du in jeder apotheke junge wollen abnehmern die wir lawanen liefern können ja aber ich brauche doch gar keine dinge hier gar keine gewerbegebiete nachfragen gewerbegebiete ist alles leer weder in der region noch in den dingen eigentlich wollen wir von sechs minuten schon schluss machen ja du redest ja die ganze zeit weiter ja ich rede ganz jetzt bin ich auch noch wieder schuld ist doch so warum eben nicht was den strom über den schuss haben wir dann noch 34 megawatt machen wir einfach überall bäume hinweist hier bauen sich noch ein paar gebäude weiter aus oder auch was ist denn da noch ein hochhaus da wird jetzt bei mir einfach mal die hochhäuser in die höhe gehen alter hochhäuser nach so langsam wird das doch so langsam wird das doch was da würde ich gucken zum schluss gucken wir noch mal bei marcel rüber dann komm schon mal bei dir rüber würde ich gucken wir gucken zum schluss bei marcel rüber jetzt guck ich bei dir auch noch mal schnell oder ihr guckt einfach bei ihm in der video nach geht ja auch mit escape verlassen sie den bearbeitungsmodus eines tools aha 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 genau oh bei dir baut sich auch gerade ein großes hochhaus ja bei dir bauen sich aber mehr als bei mir warte mal muss ich gerade mal die bildungsstufe gucken ja gut du hast mehr mittlere mittlere ich habe ja nicht so viel noch nicht ausgebaut ja du hast vier ich habe gerade mal zweieinhalb bildungsstufe ja ja ich meine jetzt mit der ähm grundstückspreiskarte meine ich ach so gucke ich jetzt nach und jetzt bildung du hast zweieinhalb ja warum ja keine ahnung sinnlos grundschule und gymnasium allgemeine hochschule verstehe ich aber hier wird überall schön ausgebaut ja 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 gymnasium allgemeine hochschule hast du kann ich bei dir sogar auch anschauen irgendwo musst du du musst die grundschule dann noch stehen sagst du ich stehe da bei ihm ah ja ich hab sie schon die stehen alle da in einem ding in einem bereich ja verstehe ich nicht du hast mit den drei schulen hast du vier und ich habe zweieinhalb ja ich habe dieselben schulen wie du und bei mir sind die für leute einfach zu faul um was zu lernen ach ja da wachsen gerade auch nochmal hoch finde ich scheiße finde ich scheiße ganz ehrlich das ist ein scheiß ach ne das sind aber das ist ähm ähm gewerbe das ist das gewerbe die da hochbaut ach das ist beides gewerbe was da hochhäuser gebaut hat warte mal hier tja naja dann gehen wir wieder zurück und dann würde ich sagen mach mal schluss für heute ja 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 mach mal schluss mach mal schluss springen wir aus dem fenster die mühlhalde die mühlhalde von käsekuchingen nimmt chameleinbühl einen teil des mülls ab das ist gar nicht wahr und wenn dann machen die das ohne obwohl ich den müll fast komplett ausleer fast das sieht schon richtig geil aus hier muss ich sagen nur 40 von 1000 das hat funktkraftwerk das kommt dann hier hinten irgendwo hin und so langsam wird die stadt auch voll boah oh das wasser wird weniger hier oh ich kann schon wieder ein upgrade machen ha ich hab 31.000 Leute jetzt ja das wasser wird weniger bei mir ne bei mir die wasserkarte ich mein hier da wird verschwindet das wasser wohl die kläranlage eigentlich das wasser wieder bringen sollte machts ja ja eigentlich auch im moment aber nicht so moment datenkarte wasser grundwasserkarte naja bei mir ist es immer noch dunkelblau also voll alles voll wasser bei mir nett keine bodenverschmutzung außer da hinten aber hier ist es ja da ist es sowieso scheiß wurscht egal hast du bodenverschmutzung ja das ist bei mir hier auch aber nicht so viel da gibt es bei mir nicht da ist nix also das ist überhaupt nicht in der in der nähe der industrie das ist gar nicht in der nähe der industrie bei mir komplett an der liegenden seite ach die leute gehen alle zu fuß zur kläranlage oder zur pumpstation oder was wie sinnlos ist das denn wieso gehen die zu fuß okay jetzt machen wir mal schluss hier gehen jetzt da und weiter schluss komm wir können schon wieder eine folge abschneiden wieder von denen ja 11 minuten ach komm jetzt hey hey machen wir jetzt noch die 4 minuten fertig oder was so dann dir wenn du willst dann ja wenn du dann nicht ich mach doch keine 11 minuten folge wo müssen da die bodenverschmutzung so hoch schauen wir eben noch ein bisschen zu wie unsere schöne stadt weiter wächst und wächst bildung ist scheiße ich weiß warum ist die bildung scheiße sagt er aber bei mir ist sie jetzt endlich wieder auf 3 gott sei dank schlimm diese schlecht ausgebildeten mitarbeiter warum 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 schlecht ausgebildet was willst du von mir du scheiß spiel alter was ist denn da für ein stau ho 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 zeige ich mal meinen kredit zurück so ui mal 3.000 minus ja ja weißt du was dann mach halt deine technik stufe wieder runter du scheiß betrieb weißt du leck mich sowas bescheuert ist einfach warum geht die technik stufe runter obwohl ich jetzt auf 3 bin mit der ich die technik stufe eigentlich haben sollte ja ja jetzt ist er auf 3 war vorhin auch so jetzt geht die technik stufe runter obwohl ich auf 3 bin womit ich die technik stufe erreicht habe das ist sinnlos ganz ernst ich muss hier beim ähm handeln muss ich noch ein handeln also wenn hier die leute alle hinlaufen dann bauen wir hier mal zwar zwar für okay hier das einfach mal so Bushaltestellen Legierungslager so wenig Geld ich hätte den Kredit nicht zurückzahlen sollen aber egal 2000 kommt das ui 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 also so langsam wird die Kläranlage nicht mehr so Handel und Export deswegen machen wir mal einen Doppelklick und bauen noch einen Abwassertank Abwasserverarbeitungstank putz so dann kann ich nämlich dann exportieren ganze Zeug was die recyceln wird dann hier rübergepackt und dann wird es dann verkauft und dann kriege ich Geld macht immer wieder immer schön Gewinn dann immer wenn man das erstmal zum Laufen gebracht hat hier lassen sie ihre Stadt in einem Tag 10 Tonnen Wertstoffe für Recycling einsammeln juhu 200 2,3 Tonnen Metall wow so der Strom produziert noch ordentlich aber lange reicht es nicht mehr unser Windkraftwerk und unser Kohlekraftwerk kommen nicht nach ja und die Bitarbeiter sind so schlecht ausgebildet ich weiß zu wenig Geld aber brauchen wir sowieso erstmal nicht toll ich habe jetzt da die zweite Technikstufe verloren bei dem einen Betrieb warum auch immer wir brauchen ausgebildete Leute die Technikstufe geht runter warum sinnlos das ist so sinnlos ganz ähnlich leck mich du dummes Spiel ganz ehrlich ich habe keinen Bock aber wir haben jetzt seit 2 Stunden 14 das heißt wir machen wir jetzt mal Schluss dann tun wir uns das nächste Mal rum wieder mit rumärgern ja ich habe hier auf jeden Fall schon ein paar schöne Hochhäuser das macht Spaß das ist schön ich habe die Straße mit dem Stopping angeboten in der Stadt es hat noch sehr viel frei aber das muss ich ja noch alles kann ich ja noch ja 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 wenn ich so weit weggehe ist halt hier das scheiße aus so ich gehe dann schon mal auf Stopp ich gehe auf Stopp stopp ja normale Ding und dann auf Escape Escape ne und dann 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 sag ich mal tschau Leute bis zum nächsten Mal ne jo wenn wir wieder sims zibi sims zibi sims zibi sims zibi sims zibi zocken der Starkiller für die 7 und der Decay Kev ne jo und dann dann sagen wir mal tschüss 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 tschüss